Diesen Jeep sollten Sie sich unbedingt anschauen. Ein leistungsstarker Motor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Ein Jeep wie dieser ist außerdem mit einigen Sicherheitsvorkehrungen wie einer Rückfahrkamera, vorderen und hinteren Parksensoren und Xenon-Scheinwerfern ausgestattet. Zur Ausstattung dieses Autos gehören ebenfalls ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren.